Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute zeigen wir euch mal unser artgerechtes Kaninchenwege und zwar ist es das Update vom September. Wir haben ein bisschen was umgebaut, zum Beispiel haben wir die Buttelkiste entfernt, weil die Kaninchen diese nur als Klo benutzt haben und man das einfach nicht sauber machen konnte und ja irgendwann wird es dann ziemlich eklig. Und im Innenraum von diesen Häuschen haben wir die zwei Wände entfernt, so haben wir einfach mehr Möglichkeiten den Innenraum zu gestalten und die Kaninchen können auch mehr rumflitzen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir zurzeit keine Kaninchen mehr. Das Video dazu verlinken wir euch oben bei dem i und unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten sind die Kaninchen da gerade von der Vergesellschaftung gekommen, die auf jeden Fall gelungen ist. Alle Kaninchen haben sich vertragen. Leider ist Moritz während der Gesellschaft dann verstorben. Also die Gesellschaft war schon abgeschlossen. Die Kaninchen waren aber noch in dem Bereich. Ja und dann ist er einfach an Altersschwäche gestorben, deswegen ist er hier nicht mit umgezogen. Aber alle anderen Kaninchen haben sich super verstanden. Die Vergesellschaftung hat funktioniert und ja jetzt könnt ihr noch ein paar Aufnahmen von den Kaninchen sehen. die Kaninchen werden. So wie viele Kaninchen treffen? SCH我很 gennailes haben. D snel耐st du in der Zwischenzeit und der Bühne zusammen zu sehen. Die Kaninchen sind die Kaninchen, die Kaninchen sind, die Max-Leugin an Kabinchen. Die Kaninchen sind die Kaninchen. Die Kaninchen sind die Kaninchen. Die Kaninchen sind die Kaninchen, die Kaninchen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja ihr Lieben, das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video, wir hoffen es hat euch gefallen und dann vergesst den Daumen nach oben nicht, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr den auch gerne kostenlos abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik Musik Musik